so weiter geht's so ich habe wieder kohle und endlich 40.000 für gekriegt für die mission alle vom letzten job einladen so von den bösen stehen sagt wenn ich starten kann ja von meiner seite aus kann man starten weiß ich welchen können wir weißt du kämpf man muss ja immer yvonne vorher fragen ob sie bereit ist loszulegen ganz wichtig dinge von den bösen stehen naja stellen wir mal was von den bösen er gibt nicht zum tatort das ist mein auto aber egal dann schieb halt selber jetzt so ruhig fahren könnt ihr steigen alle hier ein und er haut ab ich mache meine eigenen dinge ich lasse euch totteltäubchen da hinten mal alleine er kennt ja nicht mal so ein eigenes auto mehr wieder ne ich habe das nicht gerade nicht erkannt weil ich das auto ja auch in der erfahrung schwarz kenne und dann mit dem mit dem kohle auf der seite aber meine neue lackierung die hatte das noch nicht die wollen hattest du schon mal verklebte haare alter ich gerade dafür sind so eine einleitige anbewegung eigentlich war es anders geplant es gibt keinen satz der kevins leben besser beschreibt ich habe eigentlich schon was anders geplant ja 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 oja ja er wurde ich Pol die da ckets die ich entlern und ich muss gerade gucken wo die Kohle ist da keine Sorge dass alles nur Tränen gab das explodiert nicht gehst du mal rein ins Auto oh warte ich will einsteigen aber ne ich drehe mich lieber noch fünfmal rum mein Charakter ich hatte die Kohle nämlich in der Hand weil er wollte nicht einsteigen scheiße das hatte jetzt alles andere na einmal kannst du ja noch ne naja warte mal ich gucke mich über den Heli noch hier ein Heli müsste eigentlich down sein normalerweise aber wie gesagt eigentlich richtig so ist ja geschehen dann im Schiss was ich wollte was ihr habt die Kohle ja ja er scheint sie zu haben um uns ohne zu wissen ja du bist ja das wollte ich auch machen ich hatte die Kohle da hat ich wollte aussteigen gelten eben kurz einsteigen wieder und das hat er dann irgendwie dann hat er sich gesagt ja ich stark jetzt noch ein bisschen später ist ein und dann war ich tot fahren wir doch nicht in die Karre durch warten ja ich bin abgefahren wurde den in der zweiten heißt den polizeiwagen wo ist hier ja ich weiß nicht wo ich gerade noch die Polizei am Hals war ich seit darauf hatte ich einfach eine Feuer ab da wo der Dings ich bin am Zielpunkt ja ja ich muss halt Kopfschütteln gehe ich mal zumindest von aus dass das in der Mission heißt erstmal erstmal die Kopfschütteln ich bin dann unten da wo der Polizei wagen hochjagen muss scheiße da kommt einer also ich habe schon keine Kopfschütteln ja ich auch nicht mehr jetzt ich komme zu euch da könnte also nur abliefern jetzt habe ich wieder welche wegen dem Heli oh naja dir trotzdem nur da hilft das Geld bei lässt das Lager aus naja aber die Frage ist ob du dann nicht ob nicht Feuerkopf noch liefern muss ja die Frage ist sehr gut 1000 gekriegt gefällt mir gut gefällt mir gut und gefällt mir nicht schlecht rollendes labor kann es sein dass wir das schon mal gemacht haben aber ich habe mädchen tragen auf jeden fall also ich hab's schon mal gemacht irgendwie mal wenn wenn es auch nicht schlimm ach ja genau jetzt weiß ich das ist das wo wir den lkw da glaube ich oder das wohl den wohnwagen oder so klar müssen wir werden schon irgendwas machen müssen okay das heißt das rollen des labors kist ja ja das dachte ich mir auch gerade in dem moment jetzt haben wir doch noch mal eine mission aber gut weil ich gucke das aktive export geschäft in der küste wenn ich starten kann sagt bescheid von meiner seite aus kannst du gut richtig schon wieder mitten irgendwo in dem grünzeug war das nicht das was wir schon das haben wir doch eben schon gemacht stehe den lastwagen ja ja deswegen okay ja dann machen wir die immer brechen ab weil wenn ich ehrlich bin das doppelt dreifach zu machen macht für mich in meinen augen keinen sinn weil die haben an der letzten aufnahme gemacht jetzt folgen gemacht die mission ich glaube ich gleich wieder ein ja natürlich kommen wir nicht raus ernsthaft da einfach neue sitzungen finden so ich sage schon wieder mehr kohle bei mir immer sofort wieder da ja so ja ja das mit ruhe ist ja da von euch hier auf dem links drauf löst nicht drauf ich habe okay so bin wir da bin noch nicht mal aus dem ladebildschirm raus da hat das eigentlich gepasst ich habe ich habe drei anderen spieler Oh, look. So.